Es war schon immer, also es war mit Abstand die Geisterlocation, also was ich jemals gesehen habe. Gibt es eigentlich noch die Tanzfläche? Nein, die gibt es leider nicht mehr, aber es gibt natürlich viele andere Sachen. Es hat sich ein bisschen gewandelt, alles geht mit der Zeit und das ist jetzt schon auch cool. Also die Atmosphäre ist da, wir haben die Soundanlage dementsprechend wieder aufgeblasen, also sodass sie auch Hip-Hop standhält. Das ist ja mir ganz wichtig, weil da muss es pumpen, da muss es leben, das muss organisch sein und natürlich geht es ja da jetzt nicht so sehr um die Ausstattung, sondern es geht darum, dass die Leute, die kommen, komplett in eine Partylaune versinken. Also ich wünsche mir auch, dass die Leute an dem Abend so weit wie es geht ihre Handys auch stecken lassen. Ich habe kein Problem damit, dass die mal kurz so ein Filmchen machen oder so, aber die sollen sich amüsieren, die sollen sich fallen lassen in die Musik.